okay das geht auf einmal wieder so friends wir haben einiges vor wir haben schon wieder viel zu viel zeit verballert dass ich gleich schon wieder eine bohne fressen muss deswegen bei einem uns jetzt mit dem uf räumen gelbsucht kickt mal wieder komplett ja geht es mir gut schlecht menschen geht es immer gut geht nämlich jetzt gut mir geht es gut alles im grünen bereich sage ich immer der ist wichtig warum ist alles kaputt ich verstehe es nicht ja die ist original die habe ich mir gekauft zur fashion week in mailand damals weil ich habe scheiße wie nennt man das auslands ja erasmus erasmus in mailand gemacht betont mein bizeps hast du das auf der arbeit wiedergefunden nehmann es hat mir irgendeiner gerippt selbst die putzkolonne peggie 18 mal für solidchurch soll der die kauf willkommen zu heute nintendo direct partner showcase bisschen laut in dieser präsentation wir fokussieren auf nintendo switch games launching in the first half of 20 24 from our publishing and development partners so würde ich lassen get ready to embark on an enormous adventure of pint size proportions after being shrunken down at the hands of an evil corporation you must explore a vast immersive world right in your own backyard assemble your crew and work together in online cross-platform co-op with up to three friends or take on the adventure solo gather resources to build your base and craft weapons armor and tools to improve your chances of survival use the tools you craft to forage plant life but watch out you aren't alone out there work your way through the campaign to uncover the mysteries of the backyard or build share and play your own creations in playgrounds mode do you have what it takes to make it big in this minuscule world and fend off its creepy crawly inhabitants go big or never go home when grounded launches on nintendo switch april 16 a tale of destruction and renewal unfolds in this return to the ender lilies world this once flourishing country sits atop a wealth of buried magic das ist ein homunculi artificial life forms created as the country flourished were meant to bring about a brighter future this is the end game was to be mine test as lilac you'll reluctantly bond with and journey alongside a homunculus who played a pivotal role in the country's demise when the magic buried beneath the surface became corrupted the citizens fled upward to escape its reach but those who lack power and wealth remained in the bed of cool aus also ich kenne das nicht aber sie cool aus along your journey you'll battle was quasi wie in der lilies kenne ich auch nicht upon liberating them the creations will join you on your adventure becoming your companions and lending their aid what awaits lilac and the homunculi at the end of their journey find out when endermagnolia bloom in the mist launches on nintendo switch this year okay und das war das wo du gesagt hast das krasseste für dich it's your adventure your way in these nintendo switch games for an interconnected world of puzzles in this charming adventure slide across rows and columns on a sprawling gameplay grid where everything moves when you move solve puzzles by venturing out into the wilderness helping out the townsfolk and taking down monsters in handcrafted dungeons what awaits you on this curious journey of self the world is yours to solve a ranger a role puzzling adventure sliding onto nintendo switch this summer wow hyper severe a young prince on a journey to liberate five nations from the mighty empire's dominion customize your troops form your strategy then unleash your army on the opposing zenoirin forces your real-time strategy planning will turn the tide of war during battle you may get to recruit new allies or be faced with difficult decisions atlas in vanilla where present unicorn overlord launching on nintendo switch march 8th a demo will be available today on nintendo isha verdammt ja originally released on nintendo 3ds the first monster hunter stories game returns now fully voiced and in hd as a writer you'll be friend and fight alongside monsters in turn-based combat to confront the black blight that plagues the world many familiar monsters from across the series are included plus you can browse artwork and listen to music in the newly added museum take flight in monster hunter stories soaring onto nintendo switch this summer oh on a peculiar day jen cid's mischievous mirror lord mickey mouse into his workshop es ist dieses mickeys epic a curious mickey creates a mess and becomes trapped in a magical wasteland inhabited by forgotten and rejected characters das war doch uralt ja aber ich fand das aber auf der wii eigentlich sau interessant oder worauf das rauskam ich hab das aber nie gespielt aber ich fand es immer eigentlich sau interessant ich hab das aber nie gespielt aber ich fand es immer eigentlich sau interessant man sieht richtig diese wii-versteuerung ja man sieht richtig das von der wii kommt aber ist doch ok next please take a look at this uh ich hab grad shinigami gelesen ah das soll es wahrscheinlich auch sein oder ne oooohhhhhh wenn ich dann sowas seh ne du denkst es ist so krass es ist so geil es hat voice acting es hat sehne und so und es sieht krass aus und dann ist so ein rundenbasiertes kack ey ich könnte halt aus dem leben flippen das einzige spiel wo ich das ok finde dass es rundenbasiert ist das pokémon alles andere darf nicht so sein du wiosen kartenspiel ist zähnlich alle feinen fände zu sehen ja deswegen hab ich sie gespielt ja mehr titel get ready to unite and fight in these nintendo switch games fight in iconic battles from across the star wars galaxy in this collection of two classic games up to 64 players can strike back against familiar faces in massive online battles this collection includes additional playable characters such as kit fisto and additional maps like java's palace plus battle as your favorite heroes or villains in hero assault jonge das ist ja geil dass die das rausbringen general kenobi star wars battlefront classic collection launches on nintendo switch march 14 geil richtig geil das gefällt mir ne oh ne das ist dreidimensionale ah das sieht aus wie kürzen kürze plädoh ich muss den ersten teil überhaupt mal durchspielen Ach, hör auf. Ach, das ist ganz anders wie die Stick of Truth und Batschule. Das sieht schon lustig aus. Sword Art Online-Series, wenn die virtuellen Welt ein bisschen Poker ist, ja. Das ist cool. Das ist cool. Sword Art Online-Fraxured Daydream launches an Nintendo Switch this year. Krass. Break, build and battle your ultimate Gundam in Gundam Breaker 4. Choose from over 250 Base-Kits. Combine and customize their parts to build your very own mobile Stoop-Model, known as Gunpla. Then put your creation to the test in a variety of combat missions. By defeating enemies and acquiring new parts, you can equip more abilities to craft the ultimate Gunpla. Plus, you can show off your builds and snap pics in the new diorama mode. Prepare for battle when Gundam Breaker 4 launches on Nintendo Switch this year. Let's get down to monkey business. The newest entry in the Super Monkey Ball series rolls onto Nintendo Switch. Over 200 brand new stages await with optional motion controls. Using the new spin dash move, you can blast over obstacles and create shortcuts to victory. Have a ball with friends and family and four player local robot. Up to 16 players can battle online as they tilt their way to be the top banana. Be the first to the finished line in Ryzen. Grab the falling bananas in banana hunt. T-Bot to take down robots in robot smash and more. Get ready to roll, tilt, dash and party in one appealing adventure. Also, wahrscheinlich ist das Spiel Eldhals Fall Guys, aber ihr wisst, was ich meine. Man schmeißt jetzt ganz viele Leute zusammen, die irgendwie Minigames machen und so. Das schon. Get ready for a good time. Ach, was. Das find ich cool, das hab ich auf der Wege gespielt. Das ist so. Das ist so. Woher Sinister, put your imagination to the test as you build, splash, explode, destroy, fly and roll your goo to the goal. You'll encounter different types of goo balls with unique properties, including explosive goo, jelly goo and more. Plus, exclusive to the Nintendo Switch version, you can build with up to three buds in local co-op play. World of Goo 2. World of Goo, yeah man. World of Goo 2. World of妳s Game, they're not too many, but you can buy them. Don't build your story. 1.000 years in the making, in a brand new fantasy life game. This once thriving island in the seas of Bavario... ...sieht halt auch hart nach einer Kopie von Animal Crossing aus. ...travel to the islands past to gather resources. Then use them to restore the island in the present. Du beginnst mit einem von vielen verschiedenen Räumen, die sogenannten Leben genannt werden. Warum nicht ein Miner, um Ohr zu holen? Wie geht es um einen Magister, um die Monster anzunehmen? Oder sogar einen Komponator, um die Komponatur zu holen. Du kannst zwischen den Leben und vielen Ohr, als du mit dem Kieselstein anzunehmen. Schmutz, Schmutz, raus. Also bis jetzt hat mich auch nicht viel abgeholt. Uh, Trash? The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? Scour the depths of a polluted undersea world in this soulslike adventure. I, uh, recently had my shell taken away. If you can go get that treasure there, John, about, I'll gladly trade your shell for it. Protect yourself with whatever you can find. Has this gehört? The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean. Need I remind you all how threatening the ocean is? It's time to hunt for, uh, trash? The world these days is dark and mean. The world these days is dark and mean. Skippe ich komplett, dieses scheiß Spiel. Dropping and drilling. Nee, ich guck's mir gar nicht an. Join Penny and Yo-Yo in a brand new 3D platforming adventure from the team that brought you Sonic Mania. Dash, swing, ride, and master the cosmic string in over 40 levels across 11 vibrant worlds. All while outrunning a massive penguin army and a colorful cast of bosses. Feast on power-ups to activate transformations. Help out the denizens during your acrobatic escapades. And put your tricks to the test in a time attack mode. Hope you're ready to yo, because Penny's Big Breakaway launches on Nintendo Switch today. Local two-player battles are coming as paid DLC to the fruit-matching phenomenon, Suiki Games. Okay. Choose from three modes. Original, time limit, and attack. Aim for a higher score than your opponent in original mode. Make split-second decisions against the clock in time limit mode. And overwhelm your opponent with bunches of fruit in attack mode. Plus, online multiplayer will be added to the DLC in the future. Get battling, when this paid DLC for Suika game drops onto Nintendo Switch, today. A bundle of the game and DLC is also available today. Der hat verkackt. Der hat gesagt, es sounds like verkackt. Ich hab's Krabben-Game schon gesehen. Pulverize enemies in your way. And ride on gnarly vehicles to recover your missing fortune. Pepper Grinder drills its way onto Nintendo Switch March 28th. A demo will be available today on Nintendo Wii Shop. Das ist wirklich schwitzig. Giddyup! From cans to cardboard during your hunt to reclaim your prized shell. It would appear the hunt is on, I say. I-I-I've been working my butt off trying to get my old life back! But you'll run into a few crabby predators along the way. Perhaps we can work out a deal, little hermit. That treasure is as good as mine. Use over 60 ability granting shells and harness powerful Umami magic to take down enemies in frenetic deep sea combat. What other threats why the ocean death? As they say, one crab's trash is another crab's treasure. Launching on Nintendo Switch April 20th. Das sieht halt einfach wirklich tausendmal besser aus. Das spiel ich mit Herz. Das spiel ich mit Herz. Allein das sieht schon viel besser aus. Wann kommt das? 25. April. Das ist exakt wie jeder Teil. Pepper Grinder haben wir grad gesehen. Ich kann sehen, was kommt. Am liebsten grad mal so mit der Maus. Ups. Uh, Gambling oder was? Uh, Gambling oder was? Winn Events, um neue Horsen zu bekommen. Dann bräuchte sie, um die nächste Generation von idealen Steeds zu erzeugen. Du kannst sogar online gegen andere Spieler zu erzeugen. Das ist auf die Räste in Pocket Card Jockey Ride On. Launching on Nintendo Switch today. invent mãozenden lassen. Demonslayer! Ach was. Kingdom Come Deliverance Uh, Rommel, stark Aber das Demon Slayer Guitar Hero-mäßige sah gerade schon echt lustig aus Okay, das ist 8-Bit Uh, das ist hier Donkey Kong Ist das das Racing oder ist das hier das Donkey Kong 64? Ich glaube es ist Racing Nee, was? Okay, ich wurde gerade hart gefarscht Wegen dem Logo Snake, Rattle & Roll Battletoads Battletoads Uh, Puff, Puff, Puff Is das hoch hier, wenn man die braucht, Alter Battletoads These games are available today You can play them with an active Nintendo Switch online Or Nintendo Switch online plus expansion pack membership Oh, wie assi, ein N64 in dieses Erweiterungsteam zu packen. Letzte Ankündigung. Dave, the fucking Diver ist die letzte Ankündigung. Pff. Wollt ihr jetzt Pokémon Snap Underwater oder was? Wow, das ist so krass. Hätte ich auch bis zum Ende gewartet. Das ist einfach auch krass. Ey, wir haben ein richtig beschissenes Spiel, aber wir müssen es verkaufen. Hau 24 Leute rein. Hau 30 Leute rein oder 64. Es verkauft sich wie warme Semmeln. In exchange of friendly greeting while freely exploring the vast ocean. Star Wars war krass. Enderlilis sah gut aus. Das Krabbenzoll sah auch echt lustig aus. Ist halt auch kein Souls. Ist halt einfach mal ein gutes Spiel. Sie sagen sogar selbst Souls. Ja, ich verstehe auch nicht. Ich glaube, das Minderwertigkeitskomplex. Weil, äh, schlagen, schwerer Schlag, blocken, ausweichen... ...hat gefüllt jedes Spiel. Endless Ocean Luminis launches on Nintendo Switch May 2nd. Pre-Orders beginnen heute. Ja, also das ist krass. Also das als Highlight zu nehmen, das kann, glaube ich, jeder nachempfinden. Ein Tauchspielen mit... Du kannst mit 30 Leuten tauchen. Es ist krass. Es ist einfach nur komplett krass. Danke, dass du siehst. Also wirklich, da bleibt mir die Sprung weg. Ja, und Mickey Mouse ist eigentlich echt cool. Das stimmt. Mickey Mouse ist echt cool. Würde ich auch sagen. Ich hab halt echt gedacht, ich werde hier vielleicht gespoilert oder so. Deswegen schnell weggeguckt. Ah, guck, hier ist zum Beispiel der Mickey Mouse Trailer. Den hätt ich schon vorher gesehen. Ja, krass. Krass, 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 krass. Also war nicht komplett scheiße. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, mir hat natürlich irgendwas Krasses gefehlt. Irgendwie so, ich erwarte bei einer Partner-Ding... ...hoffe ich einfach was anderes. Aber ey, Star Wars sah geil aus. Die einen oder anderen Games sah auf jeden Fall geil aus. Aber ich hab halt einfach... Naja, wir hoffen einfach nächste Woche, dass bei dem Pokémon Showcase vielleicht da mehr dabei ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020